Jo, willkommen zurück zu Let's Play Butter Nicola. Ähm, wir haben uns für nur noch eine Ente, oder was ist? Also eine hohe Ente, keine Ahnung, egal, gute Ente. Ähm, wir waren, wir hatten zuletzt... Am Ende des letzten Parts hatten wir mit diesem hier, hier, Wasser getrunken und mussten dann irgendwie so nach oben laufen. Ähm, nun wir gehen einfach mal mit diesem... Ach, Stock, wie auch immer, in dieses Minispiel. Das hatte ich eigentlich schon gemacht, aber ich suche ja die letzte Ente, also muss ich das ja jetzt wohl machen. Boah! ... 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 der letzten Ente oder was das sein soll. So, dann gucken wir hier auch null Tipps. Ah, das ist doch schon. Könnt ihr eigentlich Medieval? Äh, das war mein erstes PlayStation-Spiel. Also PlayStation-Alien-Spiel. Ich kann kaum noch einer. Hey, das geht doch gar nicht. Ich bin schon der Fußgut, aber ich habe die Ente immer noch nicht. Ich will die verflute Ente. Boah, ich habe gar voll den Schreck. Ich stehe, das wäre eine Spinne, aber so eine Fliege. Meine Fass. Das ist ganz saut. Das ist ganz saut. Aufnahme Pause, Aufnahme Pause, Aufnahme Pause, Aufnahme Pause. Ich suche gerade was. Ich suche gerade was. Oh Gott, was? Der Wölf in Stockholm ist noch... Ich meine, du hast nur 20 Minuten gepasst, ansonsten wird das... Egal. Oder 35 Jahre mache ich, wäre ja egal. Ist mir auch egal. Okay, bei diesem Spiel jetzt mal nur... Wenn man nur so macht, dass man nicht ausgegeben kann. Wie ist er noch eine Liebe? Es ist bei dem Spiel. Das ist ein bisschen leer. Es ist, der nicht so. Es ist der nicht so. Es ist nicht so. Es ist richtig. Ich mag. Es ist nicht so, ich liebe es. Nein. Ups. Meine Fressleiste. Nein. Nein. Ja. Danke. Wo ist der Backofen? Okay, 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 okay. Nein. 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 Alter. Ja. Ich weiß nicht, schon wissen wir, was er erst hat. Danke und bitteschön. So, da haben wir alle. Ja. Uh oh. Ja. 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 Das ist nächstschön. Wenn nicht, wüsste ich, was die Zeichen bedeuten würden. Wunderschön. 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 Überhaupt nicht cool. Überhaupt nicht cool. Oh, warte mal. Ja. Fällt da nicht einer? Ah. Okay. Komme ich jetzt raus? Ich bin ein Foto. Und was geht's? Bin ich in den Ohren fest? Leute. Ich will nicht gucken, wisst ihr das? Guck mal ne Maus. Achso. Oh. Alter, wird gerade erschreckt. Achso. 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 Eh? Boah, du Schwein, du! Aua! Laute, s'il est venu! Das ist der Kampel. Ah. Was ist das Informatief? Oh, Alter, ich dachte gerade schon. Puh. Hallo, Alter, der Knopf. Ich habe nichts getan. Toll, er hat mich im Kreis gelaufen. Und dann hier. Ja. Okay. Ihn füllt dein Auge. Ja. Ah. Was ist das? Was tut denn? Boah, Alter. Und ich, der ist nicht komisch von der anderen Seite dran. Was du erzählen? Immer doch. Ich bin nicht los, ich bin nicht los. Ich bin nicht los, ich bin nicht los. Ich bin nicht los. Schöne. Toll Nein, nase, nein Bääbill 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 What the fuck? Schneller, 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 schneller. Oh, hier ist was nicht wirklich, oder was? Na, darauf komm, ah. Ach so. Oh la, zack, du. Wunderschöne. Die Tupia! Toll. Wie lang mache ich mal das jetzt? Wo ist der Typ mit der Tompeter? Sperma! Das Spermatorium! Das Spermatorium! Das Spermatorium! Das Spermatorium! Das Spermatorium! Scheiße, wenn man eigentlich falsch geht, dann müssen wir nicht von vorne anfangen. Ah! Mua! Nein! Oh Leute, bis zum nächsten Part wieder und ja, haut rein! Tschau!